Ja, man kann jetzt hier über diesen Wesertull, das bin ich auch gefahren, das geht, ne? Ja, das ist 30 oder 35 Kilometer weniger, ne? Ja, jetzt flirr ich mal auf Bremen, dann kannst du... Ja, für die verkehrte Distanz gibt es normalerweise nicht. Ich habe Kai, als der gekommen ist, habe ich Kai auch erst einmal hier Parcours reiten lassen, weil ich gesagt habe, also, wir haben den zwar da ausprobiert, aber da war auch kein Wasser und nichts, ne? Und da habe ich gesagt, einmal du reiten, weil ich muss ja nicht direkt über Kopf gehen. Aber seitdem dieser hier ist, ja, habe ich den jetzt, ja, als Heinrich da war, habe ich den vorgesprungen. Einmal habe ich den, bevor Heinrich da war, glaube ich, gesprungen und jetzt heute, ne? Oder gestern, auch vorgestern, als wir vorher weggefahren sind, einmal ein bisschen höher. Also ich bin durch dieses Pferd eigentlich so richtig in Gang gekommen, jetzt nicht. Also ich sagte, da könnte man irgendwie Botox reinspritzen oder so. Ja, ich finde, die müssen... Der ist ja auch nicht zu teuer, ne? Nein, nein. Nein, nein. Wenn jetzt 50, 60 Euro... Nicht mehr, also... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sorry Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, dass es nicht so wichtig ist Weil du kannst auch höher machen und du kannst dann auch angreifen, weißt du? Also du kannst so viel rückwärts treiben und so, ne? Wenn du jetzt wolltest, könntest du hier auch senkreis Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, dass es nicht so wichtig ist Ich glaube, das ist doch wichtig, dass es nicht so wichtig ist Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig Okay Das war's. Ich glaube, der muss das auch noch so ein bisschen lernen. Der ist einfach immer normal geritten worden. Der ist einfach immer normal geritten. 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 Der ist einfach immer normal geritten.